Wir befinden uns in der Halle Ensterwelt. Es ist eine Fünffachsporthalle, sicher die grösste Halle in dieser Form in der Schweiz. Wir konnten diese Halle in den letzten zwei Jahren total sanieren unter laufendem Betrieb, was sicher etwas Spezielles ist. Wir konnten auch mit der Firma Kablex die 3 und 4G Abdeckung neu konzipieren, so dass wir auch unsere grösseren Anlässe, die wir ja regelmässig auch hier haben, in dieser Halle oder im Außenbereich, dass wir diese Anlässe wirklich fachgerecht technisch abdecken können im 3 und 4G Bereich. Wir haben im weiteren mit der Firma Kablex in Macklingen, in ganz Macklingen, mehrere Gebäude ausrüsten können. Wir haben das neueste Projekt, die sicher die Ausbildungshalle, die jetzt diese Woche in Betrieb gegangen ist. Dort haben wir sicher bis zu 50 Access Points installieren lassen können, um so auch dort den Betrieb zur aller Zufriedenheit von unseren Kunden abdecken zu können. Betonen möchte ich auch, dass auch die Zusammenarbeit mit der Firma Kablex sehr gut ist. Sie haben sehr kompetente Mitarbeiter, die uns hier unterstützen und auch auf unsere Bedürfnisse eingehen, wenn das nötig ist.